Unser nächstes Stück soll man den kleinen Knaus, der hier mal nur auf dieser Trommel sitzen durfte, etwas besser präsentieren. Er hat ein Hobby und sein Hobby, wie ihr das so schön sagt in eurer neuen Sprache, ist es, sich die Frauen auszusuchen. Und deswegen heißt das nächste Stück auch Schwaligam. Und er tut es häufig, sich die Frauen auszusuchen. Ja, auf! Man sagt, er tut das häufiger, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das häufiger, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf! Man sagt, er tut das gefilmt, als dass er kackt. Ja, auf!